Die Schulden steigen weiter, aber die Zinsen wollen einfach nicht fallen, respektive die Notenbacken wollen die Zinsen nicht senken, vielmehr vielleicht sogar noch weiter anheben. Und das konterkariert eigentlich die Grundannahme der Aktienmärkte, die ja gesagt haben, naja, die Zinsen, die werden bald fallen. Und wenn wir mal eins und eins zusammenzählen, dann schreit alles nach einer Rezession und dafür sind die Märkte bei weitem nicht bepreist. Jetzt kommt da ein Crash, naja, zumindest eine saftige Korrektur ist zu erwarten. Wir haben gestern beim Nasdaq ja deutliche Rückgänge gesehen. Da ist viel auch durch den Optionsmarkt gelaufen, aber es ist ausgelöst worden durch diese Anhebung der Zinsen, die völlig überraschende Anhebung der Zinsen durch die Bank of Canada, die die Zinsen jetzt auf 4,75 Prozent angehoben hat und das, obwohl man eine deutlich niedrigere Inflation als in den USA zu verzeichnen hat. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie eigentlich die Lage der amerikanischen Konsumenten ist, nämlich des privaten Sektors. Und hier sehen wir, die sind deutlich verschuldeter in Relation zum BIP, als die Japaner es damals auf dem Hochpunkt von deren Immobilienblase war. Sie wissen, der Kaiserpalast in Tokio war mehr wert als Gesamtkalifornien, die Immobilienpreise in gesamte Kalifornien oder die Summe sozusagen des Immobilienwertes von ganz Kalifornien. Jetzt sehen wir also, dass in diese hochverschuldete Ökonomie, die eine unglaubliche Hausblase, Immobilienblase auch jetzt in den letzten Jahren mit dieser ultra lockeren Geldpolitik ausgebildet hat, dass jetzt natürlich hohe Zinsen Gift sind. Und hier rechts sehen Sie, kein Zufall, dass wir den größten Rückgang der Hauspreise gesehen haben in der kanadischen Geschichte. 8,5 Prozent. Und jetzt sind ja die US-Wirtschaft und die kanadische Wirtschaft strukturell ähnlich. Und deswegen ist dieser Schritt aus meiner Sicht bedeutsam, den gestern die Bank of Canada gemacht hat, weil sie sagt, okay, wir müssen dennoch die Zinsen anheben, obwohl wir fürchten müssen, dass natürlich das in dieser immensen Verschuldungssituation negative Folgen haben wird. Ähnliches hat ja Australien gemacht. Dennoch, die Wall Street glaubt immer noch an dieses Softlanding-Narrativ, also dass die Dinge gut gehen werden. Wir sehen hier mal ein Aktienbasket von Aktien, die von einem Softlanding profitieren würden. Gestern deutlich und massiv gestiegen, während Stanley Druckenmiller warnt, es werden mehr Dominosteine noch fallen. Silicon Valley Bank war nur die Spitze des Eisberges, das denke ich auch. Da liegt der gute Mann relativ richtig und er sagt, diese Hoffnungen auf eine weiche Landung halte ich für Unsinn, denn wir haben eine Inflation, die eben stickier ist, deswegen wird die Fett die Zinsen nicht senken. Aber es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis dann eine harte Landung passieren wird. Und genau das ist aber von den Aktienmärkten nicht eingepreist. Und diese harte Landung schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt frische Daten gestern bekommen zu der Verschuldung der Amerikaner. So ist die Gesamtverschuldung Consumer Credit jetzt bei 23,1 oder um 23,1 Milliarden Dollar wieder gestiegen. Auf ein neues Hoch, neues Allzeithoch von 4,86 Billionen. Allein die Kreditkartenschulden sind jetzt 13,1 Prozent gestiegen zum Vorjahr auf 1,244 Billionen. Und wenn wir von diesen Kreditkartenschulden sprechen, dann sprechen wir von Schulden, die durchschnittlich, wie Daten der Fett zeigen, mit 20,9 Prozent Zinsen zu Buche schlagen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn Sie also 10.000 Dollar Kredit haben oder Kredit aufgenommen haben und Sie zahlen jährlich 20 Prozent Zinsen, dann haben sich in wenigen Jahren Ihre Schulden verdoppelt. Und diese Geschichte wird nicht lange gut gehen aus meiner Sicht, weil der Konsument ja ohnehin unter Kaufkraftverlusten leidet. Hier sehen wir die Real Average Hourly Earnings in den USA, also die Reallöhne in den USA. Oben ähnliches übrigens unten in Australien, weswegen auch die australische Notenbank die Zinsen angehoben hat. Und das bringt so diesen ganzen Konflikt für die Notenbanken auf den Punkt. Denn wir sehen jetzt schon, dass die Amerikaner etwa praktisch die gestiegenen Lebenshaltungskosten über neue Schulden finanzieren, die sie mit der Kreditkarte aufnehmen. Das geht auf Dauer nicht gut. Die drohen dann irgendwann aus dem Konsum zu kippen, weil sie das nicht mehr stemmen können. Und genau das ist die Gefahr, die den Notenbanken bewusst ist, dass die Konsumenten nicht mehr konsumieren. Und das ist in konsumorientierten Wirtschaften natürlich ein riesiges Problem. Dementsprechend versuchen sie alles, um diese Inflation nach unten zu kriegen. Und sei es auf Kosten einer Rezession vielleicht eben die einzige Chance, die Nachfrage nach unten zu bringen. Und so hat die Deutsche Bank ja ein Rezessionsmodell. Die sagte, über die nächsten zwölf Monate die Rezessionswahrscheinlichkeit nahe 100%. Wir sehen auch hier die Leading Indicators, die Frühindikatoren etwa in den USA. Auf einem Stand, wie praktisch nach Platzen der Dotcom-Blase, wie bei der Finanzkrise und wie zuletzt im Jahr 2019. Oben sehen wir mal die aktuelle Entwicklung gegenüber typischen Bärenmarkten in den letzten Jahren. Und ja, das sieht etwas anders aus. Ähnelt aber am ehesten noch dem Muster des Jahres 2000. Also wir werden sehen, wir haben ja jetzt eine ähnliche Tech-Bubble, wenn man so will, wie im Jahr 2000. Diesmal nicht Dotcom-Bubble, sondern KI-Bubble. Aber natürlich der weitere Verlauf, das muss man abwarten. Aber eins ist klar, dass natürlich steigende Zinsen Gift sind bei hoher Verschuldung. Und wir haben gesehen, dass ja die Fett-Bilanz weiter schrumpft, dass Quantitative Tightening weitergeht, dass jetzt Liquidität aus den Märkten gezogen wird, weil eben die Schuldenobergrenze jetzt dieser Deal jetzt erreicht ist. Die Amerikaner neue Anleihen bis August von 1,2 Billionen Dollar auf den Markt bringen. Das muss also irgendwer kaufen. Dadurch entsteht eine Liquiditätskonkurrenz und die Zinsbelastung wird immer größer bei den Schulden. Und wenn wir uns jetzt mal den Verlauf des bisherigen Jahres ansehen, dann kann man vielleicht sagen mit Bernd Laidler, dass natürlich der große Pain-Trade war, nach oben nicht im Markt zu sein. Denn gerade wenn du als institutioneller Investor am Start bist, kannst du dir das nicht leisten, wenn die Märkte nach oben gehen. Und du bist nicht dabei, wenn es nach unten geht, kannst du sagen, naja, es hat ja alle erwischt, konnte doch keiner vorhersehen. Und das Problem ist halt, dass selbst wenn es nicht zu einer Rezession kommen sollte, durch die steigenden Aktienmärkte zusätzliche Nachfrage erzeugt wird. Wer in sein Depot schaut als Amerikaner und sieht, wow, ich habe eine Google, ich habe eine Amazon, ich habe eine Nvidia, da habe ich jetzt so viele tausend Dollar verdient. Und da kaufe ich mir mal einen schicken Fernseher dafür, weil diese Aktie ja so deutlich, meine Aktien so deutlich im Gewinn sind. Das heißt, du erzeugst damit zusätzliche Nachfrage. Das wiederum führte zu latent höherer Inflation. Und jetzt sehen wir, dass durch diesen Zinsschritt der Bank of Canada die Wahrscheinlichkeit, naja, um und bei ein Drittel ist, dass die Fed nächste Woche die Zinsen anheben wird. Das ist das erste Mal wirklich seit Jahren, ich hatte es gestern schon gesagt, dass nicht wirklich klar ist, nicht 100% sicher ist, in welcher Richtung die ganze Geschichte gehen wird. Wenn wir uns das gestrige Geschehen mal anschauen, dann sehen wir leichtes Minus beim S&P 500, leichtes Plus beim Dow Jones, dickes Plus beim Russell mit fast 2% und dann Hashtag 100. Die Dickfische aus dem Tech-Bereich minus 1,75%. Jetzt haben wir, wie Sven Henrik hier bemerkt, ein Reversal gesehen, also praktisch eine Umkehr. Zunächst der Nasdaq ja deutlich im Plus gestern wieder, dann aber über 2% gefallen, während gleichzeitig auf Schlusskursbasis der WIX einen 3-Jahres-Tief macht. Das hat es noch nie gegeben in einer solchen Konstellation. Historisch einmalig, historisch fast einmalig ist, dass wenn der S&P 500 weniger als ein Viertel Prozent gewinnt, dass der Russell mehr als 2,5% gestiegen ist. Wir haben gestern also wieder die Nebenwerte gesehen, Russell 2000. Vor allem der Regionalbankensektor hat die ganze Geschichte mit nach oben gezogen. Entgegen der Warnung von Druckmiller, der sagt, das Ganze ist noch nicht vorbei. Das denke ich auch, dass das nicht vorbei ist, weil nach wie vor Geld ja in diese Geldmarktfonds fließt und von Bankkonten abgezogen wird. Aber da will man eben praktisch jetzt die nächste Sau durchs Dorf treiben. Das ist dieses Herdenverhalten. Hier unten sehen wir mal Nasdaq 100 zu Russell 2000 abgeprallt vom Rekordhoch und jetzt diese deutliche Korrektur nach unten. Während niemand Angst vor irgendeiner saftigen, fetten, crashartigen Korrektur hat. Hier sehen wir deswegen das Put-Call-Ratio auf niedrigen Niveaus. So wie es zuletzt bei den Markt-Tops war, etwa 2022, Anfang 2022, dann zuletzt auch im Jahr 2020. Also ein niedriges Put-Call-Ratio heißt, dass der sehr viel Complacency im Markt ist. Auf der anderen Seite merken jetzt vor allem Hedgefonds, die ja komplett all in Tech inzwischen sind, die also diese Tech-Dickfische gekauft haben, dass sie sich absichern müssen, falls doch mal was nach unten geht. Deswegen sehen wir, dass die Nachfrage nach diesen Nasdaq-Puts, also Optionen, die auf fallende Kurse spekulieren, als Absicherungsposition für bestehende Long-Positionen des Portfolios, dass die hier deutlich nach oben schießen. Hier sagt der Gruppensex, also wir erwarten in vor allem der zweiten Juni-Hälfte einen massiven Liquiditätsentzug. Das ist das Argument, das vorhin schon kam, während wir gestern noch extremen Greed gesehen haben, extreme Gier gesehen haben. Der WIX bei 2020er-Tiefstständen. Wir sind jetzt etwa bei den Ständen, bei denen wir das Allzeithoch im S&P 500 damals erreicht hatten. Da sind wir doch noch ein gutes Stück weg. Und hier sehen wir mal die Positionierung von CTAs, also diesen amerikanischen Commodity Trading Advices. Das sind Vermögensverwalter. Wir sehen rekordhohe Positionierungen am Markt. Die gehen sehr prozyklisch mit der Entwicklung der Kurse. Wenn also die Kurse steigen, dann kaufen die weiter, kaufen weiter. Wenn die Kurse fallen, dann verkaufen sie, verkaufen sie. Dadurch, dass die Positionierung so extrem ist, gerade im Tech-Bereich, sonst wäre die Aktien nicht so deutlich gestiegen, die Dickfische, diese wenigen Tech-Aktien, die das Ganze nach oben getrieben haben, könnte da natürlich dann auch ein Kaskadeneffekt nach unten kommen. Zumal, wir sehen, dass sich der Nasdaq komplett von den Financial Conditions, von den Finanzkonditionen abgekoppelt hat. Und diese Finanzkonditionen definieren sich unter anderem eben durch die Renditen am Markt. Und wir sehen jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe, gestern ja deutlich gestiegen, jetzt bei 3,813%. 3,8 ist ein Widerstandsbereich und viele sagen, ja, wir haben einen neuen Bullenmarkt, aber vielleicht ist es doch nur eine Bärenmarkt-Rallye, wie Diego Fasnacht hier zeigt. Es ist durchaus nicht außergewöhnlich, dass wir Anstiege von 20 bis 25% in Bärenmarkt-Rallyes sehen. So etwa im Jahr 2000 bis 2002. Und zwar, ich hatte die Ähnlichkeit bestimmter Muster zu dieser Dotcom-Platzen-Blase oder zum Platzen der Dotcom-Blase schon ein bisschen thematisiert und ein Musterbeispiel für praktisch solche Euphorie-Stonks, also wie GameStonk oder GameStop. Sie erinnern sich noch, diese Meme-Aktien. Gestern wurde der CEO von GameStop gefeuert, Ryan Cohn. Dann hat man sogar den Conference-Call abgesagt. Der Umsatz ist gefallen, überraschenderweise, wenn auch der Verlust eingegrenzt werden konnte. Aber die Aktie 18% im Minus, das ist so ein Zeichen, dass so langsam die Luft aus den Euphorie-Blasen entweicht. Gilt das auch für Krypto? Da gibt es ja diese Attacke der SEC gegen Coinbase und vor allem Binance. Jetzt sehen wir hier oder ist es bekannt geworden, dass der Chef der SEC, nämlich Gary Gensler, sich praktisch als Berater angeboten hat 2019 für die Kryptobörse Binance. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich ein PR-Desaster, kann man sagen. Cassie Wood sagt, naja, im Gegensatz zu Binance ist Coinbase hier weniger attackiert von der SEC. Sie dementsprechend, wenn Binance dann wegfällt, praktisch, dann sei das positiv für Coinbase, deren Aktien, ja, Cassie Wood, meine zweitbeste Freundin, sehr prominent im Depot hat. Kommen wir noch zu Geopolitica, meine Damen und Herren. Wir sind China. 37 Militärflugzeuge haben jetzt letzte Nacht den Luftraum Taiwans verletzt. Oder in seine Verteidigungszone hier geflogen. Klare Provokation. Wir sehen das jetzt, wie zu erwarten, was chinesische Staatsbanken die Deposit Rates gekürzt haben. Also die verschiedenen Zinssätze gekürzt haben, um den so schwachen Konsum zu stimulieren. Hier sehen wir mal, gestern Jahr hatten wir die Exportzahlen aus China, die schwächer waren als erwartet. Aber wenn wir die mal abgleichen mit anderen Ländern, also wenn China etwa nach Singapur etwas importiert, dann exportiert, dann importiert Singapur ja etwas aus China. Dementsprechend müssen die Zahlen ja deckungsgleich sein. Und hier sehen wir, wie weit die auseinanderliegen. Also die Daten, die Singapur gibt über chinesische Importe, über Importe aus China. Und China, die Daten über Exporte nach Singapur. Und ich vertraue da viel eher Singapur, weil China wahrscheinlich in manchen Bereichen seine Daten komplett fälscht. Nicht gefälscht ist diese Grafik. Die zeigt, dass wir in Deutschland jetzt inzwischen auf Stromimporte angewiesen sind. Erstaunlicherweise seit April ist das losgegangen. Was ist da passiert? Da haben wir der Atomkraftwerke abgeschaltet. Mir hat jetzt jemand aus der Nachbarschaft gesagt, der grün gewählt hat. Also ich bin froh, dass es die französischen Atomkraftwerke gibt. Weil dann können wir wenigstens von denen noch den Strom beziehen. Nur was ist, wenn die Franzosen sagen, naja, wir haben jetzt keine Lust mehr, unseren Strom zu exportieren, weil wir ihn selber brauchen oder weil irgendetwas passiert. Dann haben wir richtig ein kleines Thema. Aber wir werden ja Wunder erleben. Ich hatte gestern darauf verwiesen, dass der Windkraftausbau lange nicht so funktionierte wie gedacht. Wenn auch die Windkraft fast ein Drittel des Stroms bereits erzeugt. Aber es ist ein Irrweg in eine Sackgasse, der wirklich schon Hanebüchen ist. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Hier ein Experte, der sagt, wir sehen jetzt die letzte Etappe vor einer Rezession in den USA. Das denke ich auch. Aber der Text ist nicht von mir. Aber dennoch gut wenig, Damen und Herren. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, die ich Ihnen geben will, weil das Wetter heute schön ist, will ich Sie damit nicht immer fordern. Und zu viele Empfehlungen geben. Tolle US-Aktien magst du sehr täuschen. Sieben Aktien, das Gesamtbild. Und so etwa gestern eine Microsoft, eine Google, eine Amazon, die diese fantastischen Rallys gemacht haben, die haben gestern den Markt belastet. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus. Ciao.